In Baden-Württemberg gibt es besondere Anforderungen, wenn Sie Ihre Heizungsanlage erneuern möchten. Bei Bestandsgebäuden muss immer das E-Wärme-G eingehalten werden. Hierbei ist die Forderung, 15% regenerativen Anteilen nachzuweisen. Diesen Nachweis müssen Sie 18 Monate nach Installation der neuen Heizung erbringen. Die Brennstoffzelle erfüllt diese Forderung in aller Regel in Abhängigkeit der beheizten Wohnfläche. Bei der Vitovalor-Brennstoffzellenheizung, die eine elektrische Leistung von 750 Watt hat, sind es in etwa 280 m², die Sie damit einhalten können. Wenn man über 280 m² kommt, müsste man eventuell Ersatzmaßnahmen durchführen, z.B. Sanierungsfahrplan oder Bioerbgas beziehen oder entsprechend schauen, ob man im Haus noch andere Möglichkeiten findet, das entsprechend anrechnen zu lassen. Außerdem werden Brennstoffzellenheizungen über das KfW 433-Programm gefördert. Das ist ein spezielles Programm, das nur für Brennstoffzellenheizungen gedacht ist. Dabei sind alle Kosten förderfähig, was den Einbau betreffen, den Vollwartungsvertrag und die Leistungen des Energieeffizienz-Experten, der benötigt wird, um so eine Förderung zu beantragen. Die Grundförderung beträgt dabei 6.800 Euro und je angefangene 100 Watt elektrische Leistung erhält man 550 Watt. Das bedeutet, bei 750 Watt hat man eine Förderung für die Vitovalor-Brennstoffzellenheizung von 11.200 Euro. Die Brennstoffzellenheizung bieten wir immer im Gesamtpaket an. Dabei ist alles enthalten, von der Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme und Einweisung. Die Fördermittel der KfW in Höhe von 11.200 Euro können wir Ihnen garantieren und übernehmen den ganzen bürokratischen Aufwand für Sie. Außerdem bieten wir ein solches Gerät immer mit einem 10-Jahres-Funktions- und Leistungsgarantie an, optional auch für das Gasbrennwertgerät. Sie haben dabei keine Vorauszahlungen zu leisten, sondern bezahlen erst, wenn Sie die KfW-Förderung erhalten haben. Das bedeutet, Sie müssen auch diese 11.200 Euro nicht irgendwie vorfinanzieren oder vorstrecken, so wie das beim Handwerk üblich ist, sondern Sie bezahlen erst, wenn die Anlage installiert ist, wenn Sie zufrieden sind und vor allem, wenn Sie die 11.200 Euro von der KfW-Bank erhalten haben. Zusätzlich bieten wir immer eine provisorische Warmwasserbereitung an, sodass Sie während der Bauphase, die ja so etwa drei bis fünf Tage dauern wird, ganz normal duschen können und ganz normal Ihren Warmwasserbedarf decken können und da keine allzu großen Komforteinschränkungen haben können während der Bauzeit. Die Kosten eines solchen Gesamtpakets sind natürlich immer maßgeschneidert und hängen maßgeblich von den Gegebenheiten vor Ort ab. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, nach Abzug der Förderung kostet ein solches System ab etwa 25.000 Euro brutto. Unter Umständen ist auch ein Vorsteuerabzug möglich, wobei Sie dann die enthaltene Umsatzsteuer wieder vorher vom Finanzamt zurückbekommen können. Wir freuen uns auch, wenn wir Sie mit Gas beliefern dürfen und honorieren das mit vergünstigten Wartungskosten, die jährlich anfallen. Die liegen für Gaskunden bei 199 Euro brutto und bei 299 Euro brutto für Nicht-Gaskunden. Diese Kosten, die jährlichen Wartungskosten sind auch fixiert für die nächsten zehn Jahre. Das heißt, Sie haben volle Kostentransparenz, was die nächsten zehn Jahre auf Sie zukommt. Also neun Wartungen sind es dann entsprechend. Die Energiekosteneinsparungen sind natürlich auch immer sehr individuell. Im Schnitt kann man aber sagen, dass so etwa 1.000 Euro pro Jahr mit so einem System eingespart werden können. Zusammenfassend wollte ich nochmal auf unsere Leistungen hinweisen, die bei der persönlichen Beratung, Planung anfangen und nicht bei der Inbetriebnahme enden. Außerdem halten Sie für uns ein sehr transparentes Angebot. Wir kümmern uns um die Fördermittel und beauftragen den entsprechenden Energieberater. Außerdem sind in unserem Angebot die komplette Abwicklung der Bürokratie enthalten, also sprich die Anmeldung vom Netzbetreiber, Schornsteinfeger und so weiter. Wir bieten eben einen Ausbau und Entsorgung der Altanlage an und entsprechend die Installation natürlich der Heizung inklusive hydraulischem Abgleich. Außerdem möchte ich nochmal hinweisen auf unsere vergünstigten Wartungskosten, wenn Sie Gaskunde bei uns sind.